So, Freunde, da sind wir wieder, bei einer neuen Folge von Devil May Cry mit Bursty. Wir haben jetzt den Bob besiegt und machen jetzt hier weiter auf der Suche nach Mundus. Dann, äh, let's fetzen und so. Wir haben ja neue Waffen gefunden, den Namen hab ich einfach mal jetzt vergessen. Und die erinnern mich sehr stark an den WC3. Sie sind noch nicht durch. Ich muss sie als Erster erreichen. Ich hasse es. Oh nein, irgendwie ist das nämlich hier auf den Controller umgestellt. Oh mein Gott, Option. So. Ah, okay, gut. Ach, du Scheiße, ist das geil. Aber die Kamera ist jetzt gerade so scheiße. Mein Gott, was ist hier gerade nur los? Turmhaus, so. Ah, nein, 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 bin zurück. Nein. Schon, Einschläge zurücksetzen. Ja. So. Ähm. Also, die Waffe gefällt mir, das ist stark so. Sollen wir in die Mitte reingehen? Komm schon. Okay, cool, die drehen sich da auch noch weiter. Die noch weiter. Oh. Irgendwie kann ich da auch nicht dran ändern, dass das nicht mehr dreht. Ja. Ja. Starke... ...schweinehund. Wie wer bist du, Schweinehund? Schlechter. Okay. Aber das fackt mich gerade richtig ab, das... Nee, das kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt hier gerade. Ach, was ist denn los hier? Operationen an. Fangen wir hier mal an. Okay. Ich glaube, ich muss das Spiel einmal kurz neu starten. Ja, ja, okay. Oh, Mann, Mann, Mann. So. Jetzt nochmal auf Fort fahren. Ich hoffe nicht, dass das normal ist mit meiner Kamera. Und wer bist du, Schweinehund? Es kann doch nicht sein, dass das normal ist. Ja, komm. Sieg ich dich? Oh, Mann. 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 Okay, ich muss mal auf die Wampe muss ich umkloppen. Ach, scheiße. Oh, Mann. Ey, komm schon, was soll das denn? Das kann doch nicht sein. Das fickt doch einem voll in den Kopf hier. Boah, okay, das war... Nichts. Ja, das ist so gut. Verdammt, sie brechen auch vom Limbos aus durch. Verdammt, sie brechen auch vom Limbos aus durch. Ey, das kann doch nicht sein, dass das so normal ist. Boah, f*** die Guns, Alter. Wieso, halte, und los, hast du nur P-Load. Ich hoffe, dass mein Controller jetzt grad mal nicht im Arsch ist. Was soll denn das? Äh, behindert. Ähm. Ich steck den jetzt einfach mal aus. Uh, ganz sovielweise dreht sich das jetzt immer noch. Das ist ja cool. Okay, mit der Maus funktioniert das. Steck mir mal den Controller wieder ein. Ich glaube, das gehört doch dazu, dass das hier einfach alles sich so dreht. Und jetzt, oh, komm schon, das hat doch auch grad funktioniert. Warum? Wo seid ihr, Leute? Oh, Mann, Mann, Mann. Wie das jetzt grad mein Kopf hegt. Buy in. Das ist cool Das Tornado hört sich lustig an Ja man Steht aber bei 11, halte 4 Was haben wir denn hier noch? Erics Schlange, das heißt mit dem Reinlaufen Stampfen Okay Hier, das machen wir nochmal Was haben wir bei Osiris? Osiris, der Reiswolf, nein Da war doch irgendwas Was war das? Erhöhter Bonus-Schaden Achso Strähne, hast du mit dem Machen wir mal nicht Voller Schwarz-Sensor Machen wir denn die Pistolen Machen wir euch Iboni in Ivory Komm Nee, das setzt sich hier weniger ein Der Querschläger geht mal und dann nochmal das Schießen Na wir die hier schon mal fast voll Fertigkeiten, Dämonen, Ausweichmanöver Das haben wir auch irgendwann gemacht Nee, heute mal nicht Schwert auch nicht Ablitter, Double Up, was war Double Up? Ja, nee Halten und dann loslassen Ah, okay Ja, kommen wir nochmal hier hin Showdown, das ist hochwerfen und dann runter Ziel verursacht beim Landen Schaden in einem gewissen Bereich Okay, das ist cool So Hätten wir jetzt auch alles gemacht Das Gegenstelle nochmal Auf jeden Fall nochmal einen großen Stern Dämonen, Dämonenkreuz Da, das brauchen wir erstmal nicht Und erstmal Ja, das war's Okay, 2 ist anscheinend B Okay Das war's Danke WennFF Es ist Uh, ein Gesundheitsstern, den ich mir gar kein kaufen muss. Weil ich muss mich mal nachher wirklich informieren, ob das normal ist. Man kann ja gar nicht so angehen. Machen wir nochmal den Controller raus. Jetzt hängt es in meinem Kurs. Was ist das nicht? Okay, jetzt dreht sie sich wieder. Was soll denn der Scheiß? Habe ich das Spiel kaputt gespielt? Ah, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Das könnte vielleicht an meinem Joystick liegen. Oh mein Gott, das lag wirklich an meinem Joystick. Sorry, Leute. Aber jetzt geht es ja wieder. Hey, hörst du? Verdammt! Oh, verdammt! Ich bin im Limbus gefangen. Wo seid ihr? Ah, ich habe hier Optionen. Mal umstellen. So, jetzt geht es auch wieder vernünftig. So, jetzt macht das Ganze auch wieder Spaß. Oh mein Gott! Also, Leute. Falls ihr Controller im Joystick euch vor euch dran habt, dann am besten abmachen, wenn ihr das spielt. So, jetzt kommen wir nochmal gegen den Dignion. Den machen wir diesmal platt. Hey! Hier drüben sägen Freak! Oh mein Gott! Okay Leute, ich schieße was? Jetzt noch ein bisschen fliegen! Wuhu! Ich versparte! Das ist cool, er fehlt jetzt hier! Das ist cool! Das ist cool! Das ist cool! Ich helfe noch! Du und ich! Ich mache sie auf! Ich mache sie auf! Das ist gut! Ach, doch, doch! Boah, krass! Du schallst schlacken und merkst du das nicht. Schiffe fortgeschritten, rundherum. Mit unserem Home-Angriff von Aquila kann die Gegner in der Luft reagieren und es ist außerdem sehr gut, darin dem Schild ein Eck zu stellen. Okay. Auf B drücken wir mal. Auf was der Bicke, ihr seid zu sehen. Ja, Bitch! Kannst du das selber haben! Und? Baaah! Ja! 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 Okay, ja! 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 Komm Papa, komm Pekka, komm, komm, komm. Deine Eltern haben sich ja auch nicht geholfen, oder? Ach, scheiße. Ich bin tief getogen. Und BAM. Komm jetzt her, komm. Oh, Petsa, komm doch. So, jetzt kommt's her. Und komm. Komm, Pekka, jetzt flieg und zieh! Oh, oh, oh. Ich glaube, der ist ein bisschen elendig. Ich glaube, der ist langsam etwas erschöpft. BAM! Jetzt dachte ich nicht wieder. Ich warte ums Ziel. Oh nein! Kat! Bist du da? Versteck dich! Hörst du! Wir müssen erst Rester erreichen. Oh ne, was soll das denn? Nicht nicht so, Kat! Halt sie raus! Oh, der Brunille. Oh! Was meinten können wir mal in einem Video. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Diese Anzahl von Gegner machen das alles schon schwierig! Por unterminschreint schreint das verschiedene Aber auch viele, die Masse. Die Anzahl der verschiedenen Gegner Blüten. Es macht das alles schon schwierig. Hieraller sich einen Blüten. Zum Beispiel unterscheiden sich zum Beispiel. Benut, der sich dann ist der ganze was. Wie schneiden sich die Masse und die Anzahl der verschiedenen Gegner Blüten... Ja! 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 Oh nein! Nicht jetzt! Oh, Jakob, mein Gott ist ja eben stärker. In der Listeleife! Ah, komm ja unten! Bamm! 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 Da, na, na! Oh, 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 oh! Ah! Ja! Das ist ja quasi ein Kindermann. Geht, wa? Mega-Kombo! Scheiße, man ist das geil! Ich bin schon früh auf die Idee gekommen. Erstmal einen kleinen Eels-Stern reinmachen. Einen Hallstern. Abchecken. Cat, bist du da? Oh mein Gott! Sie sind tot! Los, los! Flieh! Das Gebäude wird gestürmt! Was ist denn da von hier? Oh mein Gott! Kann nicht irgendjemand hören! Scheiße, der Ort wimmelt ja. Ich hoffe, Cat geht es gut. Ich weiß, ich sehe das. So, das sind auch mal hier gekehrt. Was ist denn da von der Seele? Da! Wo muss ich hier nur hin? Kasseler-Byrothek! Kasseler-Byrothek! Planet Escape! Na, da kann ich das! Keine Apple-Player-Byrothek! Kasseler-Byrothek! 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 Keine Apple-Doggs-Byrothek! Kasseler-Byrothek! BAn-Doggs-Byrothek! V everw-R-B advanced-Doggs-Byrothek! BAM! Wir-W... We-W, oder? We-W! We-W, oder? Wo sind sie denn jetzt? Wir haben eine Verbesserung, machen wir mal hier Schaffendes Schlangauge Hey, nachdem such die Arschgesichter Ich bin der Koffer-Gerder Ahaha, ich bin der Koffer-Gerder Was ist da, kam zu groß, ist da ein Waden. Spricht immer lieber vor der Explosion, man weiß ja nie, ob das... Schade. Du Scheiße. Weswegen grinst du so? Dann los, Schlampe! Ja, was ist denn das für einer jetzt? Oh, fuck! Ach, Scheiße! Ach, fuck you! Ich muss das so gut machen. Hey, komm zurück! Nein, ey. Was zur Hölle war das? Ich würde schon in die Seele oben rankommen. Wow. Wir wissen, was das gerade für ein Gegner war, warum steht da kein Name? Kat! Kat! Ich bin hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo ist Virgil? Keine Ahnung, er ist vermutlich im Serverraum, dem Octagon, aber er könnte im Limbus gefangen sein. Kommen wir zu ihm. Keine Ahnung, ich sitze hier fest. Kann ich vom Limbus aus helfen, dich zu befreien? Denk nach! Ja, das könnte einen Weg geben. Ich werde dich führen. Ja. Trotz paar Schwierigkeiten ist das doch, glaub ich, alles sehr gut hier geworden. Ja, geht, wa? Zeit B. Uff. Nein! Gab jetzt eine Verbesserung. Naja, gut. Gut. Dann machen wir jetzt hier nochmal Stopp und sehen bei der nächsten Folge, wie es dann halt weitergeht. Wie der Weg zu Virgil und zu Kat ist. Ja, würde ich mal sagen. Danke, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Die Folgen kommen jetzt immer pünktlich um 17 Uhr. Also, wenn ihr quasi süchtig geworden seid, könnt ihr ja quasi immer Punkt 17 Uhr die Folgen anschauen. Und müsst nicht immer irgendwie abwarten und euch fragen, wann kommt die nächste Folge. Aber wisst ihr Bescheid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Devil May Cry mit Burstee. Hallo und Tschö. Tschö.